Hallo zusammen, ich bin Joel und mache eine zweite Lehre als Maurer. Hallo, ich bin Ramon und ich bin im ersten Lehrjahr als Maurer. Kommt mit, wir zeigen dir unseren Alltag. Eine Haupttätigkeit von Maurern ist, ein Maurerwerk aufzubauen. Mit der Kelle schöpft man Mörtel auf den Backstein. Setzt dieses Maurerwerk, richtet ihn und zieht dann den Mörtel an. Eine andere Tätigkeit ist das Armieren. Beim Armieren legt man diese im richtigen Abstand zueinander hin und bindet sie nah aneinander an, damit z.B. die Decke nach dem Betonieren stabiler ist. Mir gefällt an dem Beruf, dass ich draussen arbeiten kann und dass ich in einem Team arbeiten kann. Ich habe jeden Tag verschiedene Arbeiten zum Erfüllen. Wenn du eine Lehre als Maurer machen möchtest, solltest du sicher wetterfest sein, fit und mit Team-Player. Hallo zusammen, ich bin Salman Süss und arbeite mit Eberli. Ich bin gelehrter Maurer, habe eine Vorarbeit machen, den Polier und bin heute als Polier-Leiter tätig. Als Maurer hat man diverse Aufschlussmöglichkeiten im Bereich der Entwicklung, der Planung oder der Ausführung. Ich kann euch nur empfehlen, diesen Beruf zu lernen. Eberli Bau AG. Wir sind eine Bauunternehmung in Ob- und Niedewalden. Wir sind ca. 100 Leute hier. Wir bauen vor allem im Hochbau und aber auch im Tiefbau, was man hier hinten sieht. Wir bilden vier Lernende aus. Maurer. Ich möchte sechs haben. Das ist ein sehr attraktiver Beruf und ist für die Lernende ein gutes Fundament für die Zukunft. Kommt zu uns und arbeiten. Hier lehre ich dir etwas. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.